Die Bluebeam Connection in ARCHICAD Die Bluebeam Connection in ARCHICAD bietet direkten Zugang zu den Funktionen, die bei Planprüfungen am häufigsten genutzt werden. Architekten können Projekte in ARCHICAD entwerfen. Nach der Vorbereitung können Sie die Entwurfsdateien als PDFs mit dem Publisher speichern, um sie im PDF-Format zu veröffentlichen. Nach dem Speichern können Sie die Entwurfsdateien für externe Teams wie Ingenieure, Generalunternehmer und andere Projektbeteiligte exportieren, damit diese Markierungen in Bluebeam Review vornehmen können. So können Architekten-Teams mühelos Dateien für externe Projektbeteiligte freigeben. Die gleichen Dateien können in Bluebeam Review geöffnet werden und jedes Team kann in Echtzeit Dokumente mit Markierungen versehen. Jedes Gewerk kann eigene Symbole und Farben für die Toolchests nutzen. So können Kommentare der Projektbeteiligten unterschieden werden. In Studio können Projektbeteiligte Markierungen in Echtzeit hinzufügen, auf den gleichen Dokumenten und zur gleichen Zeit. Wenn die Markierungen auf den Bauplänen platziert sind, werden sie in der Markup-Liste genau nachverfolgt. Dort werden alle Kommentare angezeigt und es ist erkennbar, wer wann welche Markierung vorgenommen hat. Wenn alle Kommentare hinzugefügt sind, sollte das bearbeitete PDF gespeichert und wieder an die Architekten geschickt werden. Dank der bidirektionalen Bluebeam-Connection werden in Review erstellte Markierungen als ARCHICAD-Issues importiert. Sie werden korrekt positioniert und in den Entwürfen an der gleichen Stelle angezeigt. Es muss nichts manuell eingegeben werden. Nach dem Importieren werden alle Issues bzw. Markierungen an den gleichen Stellen wie in Review angezeigt. Im Issue-Manager werden Kommentare von allen Projektbeteiligten angezeigt, in den Farben des jeweiligen Gewerks. Dort können Sie verschiedene Prioritäten für Projekteigentümer festlegen. Die Kommunikation zwischen Projektbeteiligten ist ganz einfach. Ihre Änderungen können in ARCHICAD integriert werden und Sie können die neue Revision der Baupläne anhand der Kommentare des Teams erstellen. Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, kann der Architekt die Baupläne aktualisieren und erneut veröffentlichen. Projektbeteiligte können die neuen Baupläne in Review über Studio erhalten. Sie bekommen eine E-Mail, wenn die neuen Entwürfe fertig sind. Das Planprüfungswerkzeug von ARCHICAD und Bluebeam verbessert wesentlich die Kommunikation zwischen Architekten, Ingenieuren und anderen Projektbeteiligten dank der Bereitstellung einer nahtlosen Verbindung zu den beliebten Prüfungsabläufen von Bluebeam. www.racht-rechneiden-up-lebeam.de Untertitelung des ZDF, 2020